Fußball-Wetten 8.10.2019 Gewinn, 2334 Euro Autor deseltsamek Kenzie YouTube, bei der Vorstellung der kostenlosen Prognosen, hatte ich etwas lässig gesagt, hoffen wir, dass es klappt, da selbst nicht daran so ganz geglaubt hatte, aber nun ist die Prognose ein voller Erfolg geworden. Dienstag 8.10.2019 Forest Green Coventry 0 und 2 0 zu 0 Klammer auf 8 zu 7 Klammer zu 3 Euro 10 3 Euro 10 Roter Ham Doncaster 1 und 0 3 zu 2 1 Euro 95 6 Euro 5 Wimbledon Leiton 1 und 0 3 zu 0 1 Euro 70 10 Euro 28 Barrow Bohreham 1 und 0 3 zu 1 1 Euro 90 19 Euro 53 Wrexham Harrogate 1 und 0 1 zu 1 3 Euro 10 60 Euro 53 Aldershotdover 1 und 0 4 zu 0 3 Euro 181 Euro 59 Helifax Harrogate 1 und 0 0 zu 0 3 Euro 60 Euro 617 Euro 397 Euro Notstagen am 1 und 0 2 0 1 Euro 95 12 103 1 und 90 Euro Sauliol Sutton 1 und 0 2 zu 0 1 Euro 55 1866 2 007 Euro Euro Wilfokin 1 und 0 3 zu 1 1 Euro 80 3358 Euro 1292 2 mal 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 2 gleich 1024 1 Sätze Schrägstrich minus 1024,00 Euro 2334 Euro 92 90